Nach dem weltberühmten Roman von Jane Austen freuen sie sich auf die zauberhafte Verfilmung von Stolz und Vorurteil und Zombies. Mein ganzes Leben lang wurde ich auf das hier vorbereitet. Meine Töchter wurden für den Kampf ausgebildet, Sir. Nicht für die Küche. Eine Frau muss über profunde Kenntnisse im Gesang verfügen, im Tanz und in der Kriegskunst. Ich würde für einen Regen niemals auf mein Schwert verzichten. Für den richtigen Mann vielleicht doch. Der richtige Mann würde das nicht verlangen. Sie sind untot. Ich bin gekommen um ihn.